Ich rufe die Kraft der Natur her. Auf mich wird geschossen. Ich lade nach. Servus Leute, willkommen auf meinem Kanal und bei Apex Legends, ich habe es ja schon gestreamt, habe auch schon ein Video dazu rausgebracht, möchte jetzt einfach mal schauen, wie es so ankommt, wie es so läuft und habe einfach Bock gerade auf das Spiel, es läuft einfach gerade bei mir, also nicht in Form von ich hau alles weg und rassier voll durch, sondern es macht einfach gerade Spaß und das meine ich mit Laufen, es macht einfach gerade Laune zu spielen, das ist eine Abwechslung, dementsprechend. Für Bloodhund habe ich auch einen neuen Skin, falls jemand den Stream gesehen hat, das ist mein neuer Skin jetzt. Oh, Lifeline, super, da haben wir zumindest mal einen Healer dabei. Scout Healer und dem, also einer, der es mehr auf dem Schlachtfeld supportet. 233 Kist hat der schon, ich habe 71. Mal schauen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wo, gehen wir hin, klar gehen wir gleich dahin. Ich kann mal mitnehmen, was da ist. Leute, ist keiner hier mitgesprungen? No, geil. Geil. Show. Party. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Ich lasse das aber mal schnell. So, wait. Hm, hm. Was haben die schon? Meins. Die G, gute alte G7. Was ist da oben? Ja, damit wir durchfahren können. Laufen können. Soll. Und die Flatline. Goil. Ach, shit. Hat er jetzt. Ich bin dann immer so, wenn, wenn mir jetzt einer sagt, er braucht es, dann lasse ich es ihm auch. Muss ich halt einfach schneller sein. Bin ich einfach so. Ist für mich so ein bisschen ehrenmäßig. Allvater, schenke mir Klarsicht. Okay. Würde ich hier mal runter gucken. Achtung. Der Champion wurde eliminiert. Sehr gut. Champion ausgeschaltet. So. Boah, habe ich jetzt viel? Das brauche ich gar nicht so viel. Brauche ich auch nicht. Da ist jetzt zu dem Muni. Der Regen ist in der Nähe. In einer Minute. Bisschen da da. Dann geh ich lieber auch mal da in die Richtung. Aber ein Frachtbord abgeschossen. Ja, schauen wir mal. Hier ist eine erweiternde Schwindung. Hier ist ein Schrotflug. was man schaue ich dann was sich hier drin ist weil die farme immer durch so wie man schnell da oben hat er mal das schwere magazine genau auf ach da habe ich schon mein gott ich bin blind jetzt hat er schon in der grino aber habe ich mit dem schon mit dem habe ich noch nicht dran dreier knockdown schild sich daran flacken lassen nämlich die mit der 301 kommen bock drauf da kommt's saudos jetzt mal ehrlich brauche ich so viel schuss ja ich nehme es einfach scheiß drauf ganz ehrlich da bin ich nur besonders sicher immer in dem game das gust stufe drei muni bräuch safe nummer ich nehme jetzt mal da mir eins mit bräuchten lauf stabilisator jetzt mal ehrlich ist lieber so ich habe doch kein gegner gefunden das ist krass manchmal aber gut immerhin mal dann auch mal was als showdown wieder am schluss das liebe ich nämlich oh lol jawohl so phoenix kitzelzelle lauf stabilisator er war da drin oder was von wo stelle kontakt zum feind her oh ne der spritzt nur drin oh mein gott scheiße rei ok Okay. Oh, das war mal ein Move, ja? Oh, das war der letzte von dem Squad. Run, Baby, run! Ich habe zwei Kills und drei Assists, das ist schon mal geil. Jetzt haben wir halt das freie Terra vor uns, wenn da ein Scharfschütze hockt, Assi. Gehen wir nach oben oder unten? Okay. Okay. Okay, die Fackeln nicht lang. Das Ende hat gerade mein Finger eine krasse Ahnung gehabt. Gut. Okay. 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 Das läuft halt gerade Hardcoremäßig. lol medicaid standardschaft da was hat die Ich rufe die Kraft der Natur. Leute, hat er nur gelegt. Boom. GG, well played. Yes, man. Kinders. Da waren wir echt gut. Da waren wir richtig gut. Well played. Ihr seid die Apex Champions Das, das taugt mir richtig hart Ich möchte nur mal schnell schauen, wie viele Punkte habe ich denn jetzt bekommen Sieben Assists habe ich sogar Also insgesamt Kills involviert war ich in 10 213 plus Ich bin jetzt dann gleich Silber, äh, Silber, äh, Liga Silber Division 3 Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen hoch da Ein Abo dalassen Das wird wieder, wie gesagt, auch gestreamt Also immer mal Glocke aktivieren, dass ihr auch seht, wenn dann Stream reinkommt Und wir sehen uns beim nächsten Game Bis dann, euer Raid, ciao